Ein kleines Mädchen geht mit ihrer Mutter durch einen Park. Plötzlich sieht das kleine Mädchen zwei Teenager, die mitten am Tag auf einer Bank Sex haben. Sie war völlig verwirrt und versteht nicht, was sie da denn gerade machen. Also fragt sie ihre Mutter. Mama, was machen die da? Die Mutter zögert und antwortet. Nun, sie backen Kuchen und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir aus diesem Park so schnell wie möglich verschwinden und in den Zoo gehen. Die Mutter dachte sich, dass wenn sie in den Zoo ging, sich das Mädchen ablenken lassen würde und die Situation vergisst. Aber weit gefehlt. Als sie beim Affengehege ankamen, sieht das Mädchen zwei Affen kopulieren und wieder fragt sie ihre Mutter. Mama, was machen die da? Und die Mutter gibt wieder die gleiche Antwort. Äh, sie backen Kuchen. So, kleine Lady, und das war's heute für dich. Wir gehen jetzt nach Hause. Am nächsten Tag, sagt das Mädchen. Mama, du und Papa habt gestern Abend im Wohnzimmer Kuchen gebacken, nicht wahr? Die Mutter ist schockiert und fragt. Äh, wie bitte? Wie kommst du denn darauf? Das kleine Mädchen erwidert. Weil ich den Zuckerguss vom Sofa geleckt habe. Da. Ja. Ha 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 ha. Ha 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 ha.